so der muss weg ich glaube hier die chance habe ich auch neu laden lassen ja also hier ab die ab ab hier auf jeden fall die kommen jetzt erstmal weg die blätter das ist doof dass sie nicht selbst decayen naja so bis zum nächsten mal weiß ich dann auch wie wir die hasen dann zu uns bekommen wohl die müssen wir auch mit dem lasso bekommen oder wo da meine güte ist der bei geflogen gott der hat mich aber erschreckt echt so 25 level haben wir schon wieder erst naja ich würde sagen das wollen wir hierhin das braucht eine besonders viel platz und zwar fangen wir damit an so 1 1 2 3 4 na komm fünf so mama 12 12 hoch komm ach so ich bin komplett voll ja super die kiste stelle ich jetzt erst mal dahin tut da mal das gedönse da rein jod löwenzahn löwenzahn komm dahin so das ist dann eine 5er breite ok dann 1 2 3 4 5 6 7 warm sind hinhauen dahin wird dann reißen wir das hier weg auch elsa geht doch weg naja ok den stein danke den können wir dahin machen ja doch weil den wird man dann am schluss eh nicht sehen hier könnte man enthalten noch was sehen von der behausung machen wir das einfach mal so na komm zack ok drei hoch ich glaube wir brauchen vier komm ich da hoch ja klar ne ja wenn ich nicht so blöd wäre zum springen dann würde ich auch da hochkommen so dann was haben wir noch hier auf petto die dinge dann machen wir das so dann machen wir das so und ähm ja ich sehe gerade da fehlt noch eins eine höhe nein danke oh ne da ist er schon ok dann machen wir das hier so rum nein och eins zwei drei hepp so ja doch das gefällt mir das gefällt mir wie der trivolo immer so schon sagt ähm erde so nein das wollte ich so nicht ich wollte es so so das kommt weg dann das weg das weg das weg das weg das weg das weg so gut soweit so schön jetzt brauchen wir noch drei dispenser jetzt bin ich gerade noch mal überlegen wie ich das damals gemacht habe ja müsste so hinhauen ok ich wollte schon da in die in die bude rein so warum bin ich jetzt eigentlich außen rum gelaufen egal so ein weg muss dann auch noch dahin gemacht werden so jetzt brauchen wir erstmal wo ja ok machen wir uns ein paar bögen ähm da nehmen wir das nehm wir nochmal das holz ne warte mal wir haben doch da unten noch oder was soll man da noch eichenholzbretter akazinholz ja ok gut machen wir das so machen wir das komplett um in sticks so 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zack drei bögen sehr gut gut dann brauchen wir noch 3 redstone also 3 werden wir sowieso noch mehr brauchen und den brauchen wir auch noch gut 3 redstone dann hier die dann kriegen wir die spender so jetzt machen wir einen bogen rein und kriegen wir einen werfer genau so drei werfer sehr schön ähm ja jetzt habe ich die ganzen kisten natürlich nicht dabei ja ok gut dann nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit und machen das dann da hinten weil wir müssen ja jetzt nichts verschwenden ne wir haben ja genug kisten gebaut ok ok der muss ja echt gucken ob die tür noch zu ist oder nicht meine güte so kisten sind wir da hinten brauchen wir jetzt noch ein paar ähm jetzt bin ich gerade mal überlegen wie viel 3 auf jeden fall 1 2 3 machen wir mal 4 machen wir mal 5 ja Hopper sollte ich vielleicht noch machen ne so ok so es gibt 4 Hopper 5 Hopper ach Gott wir werden Eisen nicht noch einstecken das ist ja Wahnsinn dde 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 so jetzt gehts ans Eingemachte glaube ich also ich habe mir noch 2 Kisten mitnehmen können ah egal So, die Werfer, die kommen Erstmal Ne, da ist die Erde Eins, zwei, drei Nein, so nicht Obwohl, so wird es auch gehen Machen wir es so, klar, das geht auch So, dann Machen wir das hier weg Kann ich das vielleicht sogar noch eins runter? Ich glaube, das kann ich sogar noch eins runtersetzen Machen wir das doch Ja, doch, das geht Klar geht es Gut, wo waren sie denn jetzt da? Machen wir drei Stück Äh, da könnten wir im Prinzip noch Ne, lassen wir mal so Gut, ähm So, das war Das So, du kommst da hin Passt das so Ja, eigentlich schon, ne So Achso, ja super Ich bin ein Held Okay, ähm Braustation kommt Hä, warte mal Eins Och nö, oder? Ja, egal Gut, dann kommt die Braustation hier hin Ne Die kommt hier hin Ja Da kommt die Braustation hin Das heißt, wir brauchen hier die drei Hopper So Zack, zack So, dann kommt hier noch einer hin So Und da kommt dann noch eine Kiste drauf Für Glasflaschen Ja, das müsste dann hinhauen Gut Irgendwo noch dann im Cauldron So Wird es schon wieder dunkler Ja, super Aber das Bett hätte ich eigentlich auch mitnehmen können Naja Können wir ja schon Ja Sehr gut Gut Ähm Ich komm mal mit Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am überlegen Wie die Redstone-Schaltung nochmal ging Aber das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen Wenn ich jetzt nicht noch eine Kiste Eine Kiste vergessen hätte Man, man, man Was wir eben nicht im Kopf hatten Das hat man in der Füße, sagt man so schön So Da muss auf jeden Fall noch ein Weg hin Ich weiß bloß noch genau wie rum So, zack Dann hier eine Kiste Ja Wunderbar Gut Da tun wir doch jetzt mal die Glasflaschen rein Eins, zwei, drei Nehmen den dann mit So Eins, zwei, drei Klar, die gehen jetzt hier in den Hopper So Und wenn ich jetzt hier die Brauchstation hinstelle Wird die automatisch gefüllt Das war so der Plan Gut Jetzt Ähm Für den Speed Trunk Speed Trunk Den wir hier machen werden Ähm Ne, warte mal Ich hab da ne Ne, Mist kann ich nicht Mach mal Puh Jetzt bin ich gerade am überlegen Ich hätte gerne noch eine zweite Station Für einen anderen Trunk Wobei Hm Wir haben ja noch die Feuerresistenz, ne Sechs Stück Fünf Stück Okay Das reicht der erste Mal Und Speed Trunk Wird hergestellt Ähm Einmal Neterwarzen Einmal Redstone Einmal Zucker Glaube ich, ne Oh, da muss ich jetzt nochmal gucken Da muss ich echt nochmal gucken Ähm Tränke Mal gucken wer schneller ist Das Handy oder Das Internet Der Browser Auf den Bum 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 Dice Ne Guts Auch nicht Potion Ah Hier hab ich die Potions Gut Ähm Potion Off Off Ealing Fire Resistance Harming Tränke mit positiven Effekten Augenblick Regeneration Schnelligkeit Da haben wir es doch Drang der Schnelligkeit Verlängert Ähm Oh, hä? Ja Jetzt müsste ich bloß noch wissen Wie der gebraut wird Kommt das jetzt noch Oder kommt das nicht Ja, Mann eh Okay, dann guck ich mal hier Regenerations-Donus Ähm Bin ich blöd Potion of Swiftness Und Healing Ne Hm Ähm Weakness, Swiftness Strength Ähm Was heißt denn? Speed, oder? Hm Healing Harming Potion High Resistance Und Sichtbarkeit Äußen Regenerations-Donus Äh, ne Strengst ist es auch nicht Auf jeden Fall Brauche ich Ähm Ja Keine Ahnung Was ich jetzt brauche Das ist doch nicht normal Trank der Schnelligkeit Regeneration Warte mal Slowness Ne Och, ist doch doof, oder? Heilung Ne, Heilung Hier, Schnelligkeit Ich hätte gern Ähm Moment, Moment, Moment Trank der Schnelligkeit Zucker Na also Da haben wir es doch Mensch So Gut Ähm Dann brauchen wir ein bisschen Zucker Bisschen Niederwarzen Und ein bisschen Redstone Sollten wir ja alles haben Ich glaube das haben wir sogar noch alles da drüben Ne Kann das sein? So Äh Da Niederwarzen Lowstone Staub Zucker Glasflaschen Ah, toll Was ist denn jetzt los? Okay Nehmen wir die einfach mal jetzt mit Na Oh, ich bin voll, ne? Ich bin echt voll Okay Verdammt Naja Habe ich wenigstens genug Niederwarzen So Äh Was ist denn hier eigentlich noch passiert? Achso, stimmt Ja, da habe ich Ähm Mhm Da habe ich den Baumstamm da Kaputt gemacht Und hier habe ich ein Loses Brett Okay, das habe ich gar nicht mehr einstecken Ja, egal Was sind denn die Viecher Die müssen alle unterirdisch sein Oder was? Hm Äh Was habe ich denn jetzt? Ich habe Glowstone Staub Den wollte ich jetzt nicht Für was ist denn der Glowstone Staub? Äh Moment Moment Achso, das ist einfach für den Effekt 2 Okay Ne, den wollen wir ja nicht Na, komm Hallo Achso Dann müssen wir auch das Bild wegmachen Nicht einfach nur Escape drücken So Äh Nita Nita Da, Nita Da rein Dann Ja, okay Ein bisschen Ein bisschen Redstone brauche ich noch Machen wir das so Na Na Richtig hin Mensch Gut Da die Erde rein Na, komm Äh Zucker Zucker Haben wir hier noch Zucker? Ne, haben wir nicht Ich weiß, da war noch ein Zucker drin Aber den wollte ich jetzt nicht da rausnehmen Äh Ne 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 Hä? Hä? Da Zucker Okay 52 Brauchen wir noch 12 Oh man, ne Äh Hm Hm So Muss man auch mal Zuckerrohr anbauen So, ne Zuckerrohrplantage brauchen wir auch noch Hm Ja, was heißt Plantage also Hier so ein Ding, wo man Zuckerrohr anbaut Hätte ich mir auch schon überlegt, wo wir das machen So, jetzt schauen wir doch mal, ob das dann auch funktioniert. Ja, ist gut, Elsa. Ähm, Erde. Habe ich jetzt weggepackt, super. Ja, hier habe ich noch einen Koppel. Ja, komm, so, so. So, da kommt, ähm, Wetzlar rein. Da das. Äh. Puh. Das geht gar nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Okay. Verdammt. Warte, es kommt weg. Und es, so. Ja, okay, gut, dann müssen die einfach nur versetzt werden. Äh, ist ja doof. Okay. Ja, wer hat die jetzt eingesammelt? Du, ne? Klar. So, dann müssen die aber nochmal weg. Zack. Und, äh, wo sind... Da. Da sind sie doch. Eins, zwei, drei. Ne, der muss noch eins zurück. Da muss nämlich noch einer dazwischen. So. Na, komm doch her. Ich krieg's... Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. So, du bekommst jetzt, ähm... Was bekommst denn du? Du bekommst das Redstone. Ja, genau. So, jetzt klappt es so auch. Zucker und Niederwarzen. So, jetzt brauchen wir das da. Äh, dann brauchen wir hier noch einen Block. Den. So, und jetzt noch ein Knöpfchen. So, und wenn ich jetzt hier auf den Knopf drauf drücke, dann sollte...